Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von der Karte mit dem Locken zum Mars. Wir werden jetzt ein paar Bäume krampfen, bevor das Nacht zu dunkel wird. Und wenn das dunkel ist, dann geht es in die Haier. In Anführungszeichen. Aber da haben wir noch ein paar Stunden hin. Also wir sind gerade mal 8 im Spiel. Das werden wir noch ein bisschen hinbekommen. Noch ein paar Bäuche pflanzen. 200 Bäume bestimmt. Es dürfen noch gerne mehr sein. Schauen wir mal. Ich gucke mal in den Abstand kommen. Ja, 2 Meter zu eng. Ah, viele Probleme. X Ballast. Haben wir Helfer eingestellt? Ja, gut. Ich würde nicht funktionieren, aber... B. Okay. Ich kann aber näher schauen, wie sie wachsen da her. Das ist gerade schon eng, ne? Na, wollen wir doch lieber 5 Meter machen. Das sieht aus wie Nebel, ne? Aber das täuscht. Tief steht die Sonne, wo ist sie überhaupt? Schatten ist links, aber muss da sein. Jetzt müssen wir sehen, dass er nicht tut. Vielleicht geht's. Hauptsache, es geht nicht mehr Hochwasser. Man müsste eigentlich vorne am Pflanzen entpflanzen, ne? Dann können wir vorne näher von Jahr zu Jahr hinten arbeiten. Okay, Mann, die üben fassen wir jetzt so durch. Und das nächste Mal fangen wir vorne an. Ach, komm, Mann, das ist ein bisschen mehr. fünf jahre soll zu wachsen die man drei tage pro jahrzeit beibehalte dauert eine weile aber wir müssen welche pflanzen sonst haben wir später keine bäume obwohl es auch übertrieben ist noch genug bald da das einzigste was nicht ist wir haben nicht alles geld nur zu kaufen, jedenfalls flächen so, es geht von vorne an wieder da ist noch da ist noch oh ja das ist ja mal ein paar Säden zu schwimmen ja kann schon leistende Rechner hier warm im Winterwald keine Heizung machen wir hier vor wir rum Wohin ein Stückchen gepflanzt. Wahnsinn. Ein bisschen Abstand nehmen wir schon. Ein, zwei, vier Reihen möchte ich gerne sagen. Jetzt ist das ganz blöd, das richtige Maß zu finden, dass sie auch noch wachsen. Noch drei Reihen pflanzen, dann haben wir über vier. Kühl genug Wasser. Wasser haben wir genug. Hier. Wir nehmen an, nach 0 Uhr wird es besser. Die innere Haltung ist so gemacht. Mit Schnellvorlauf dachte ich am 0 Uhr nachher, und dann sind wir gesund. Deswegen mache ich mir jetzt mal keinen Kopf. Dann kriegst du noch nichts. Weil ich wusste nicht, was ich machen sollte. Außer einen Stall nehmen, der füßen gerecht wird. Also ein Standard-Stall wahrscheinlich. Wir sind aber auch nicht sicher, dass es so ist. Aber wir können ein paar Bäume holen, dass wir halt über die Hinten gehen. 200 Stück. Dann haben wir eine Bank gepflanzt. Dann können wir eine Paletten machen, die wir hier im Säge weg haben. Das wird zu eng. Jetzt auf. Entschuldigung, wenn wir die Bäume noch durchfangen können. Jetzt kommen wir auf die Heismur. Man muss ein bisschen versuchen zu schätzen. Dann ist alles ein bisschen gläu. So. Da davor. Da rein und ... Da geht es. die zwei dabei sind noch mal gefällt werden ohne aber das einzige gute ist die bäume sind mir voll ausgelachsen richtig groß hauptsächlich kein orkan damit alle bäume umfallen hier 43 kommen gerade mal bis an die ecke werden wir sehen ob die bäume gewachsen alle fünf meter kann man sich gut merken etwa auch fünf meter abstand von zum zeitlich gesehen ich muss ja schätzen brauerei wollte ich abbauen noch aber da müssen wir mal die ganzen dinger kriegen hier angepflanzt habe ich ja nur weizen und gerst habe ich angepflanzt und hopfen einmal wird nicht reichen bei weiten nicht aber kann man anfangen sanierung eher dazu dass wir eher noch ein feld kaufen muss ich was die bgh heute nacht bringt wir werden bald sehen das haben wir jetzt kurz vor drei fülle neun im spiel so eins zwei drei die kiste nicht weg ne warum muss die kiste nicht weg gut dann haben wir neue kiste kaufen und räumen reicht ja nicht solange er hell ist gut gearbeitet also händler okay auch so eine aufgabe hier guck mal einen nach der klingel am pillebohrn hier und so ich denke mal an der kiste vorbei war auf zwei hab schon gekauft hab schon angerufen bei meinem händler waren ein einziges bauern in der umgebung sonst fährt hier keiner habe ich noch keinen gesehen Milch habe ich noch aber gut können wir auch morgen machen oder wenn es dunkel ist da kann man auch mal den da ist der hinter es auf der ist die 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 Oh, nein, ja. Und dichter ran fahren, sonst können wir nicht aufladen. Oh, schönes Dach, schön glatt. Da müssen alle klacken. Ja, da hatten wir einen Fehler, einen Bug oder was ist das jetzt so? Spreng I, Abla, Scheiße, würde mir jemand eher gern. Gut, 3-11. Ah, wies. Fadding im Bug, oder keine Ahnung. Zwei davon sind ja gepflanzt. Blei ist ja auch näher mein Laden, neuladen, das wird ja weg. Verkaufen wir halt nicht. Die müssen wir noch von mir. Ach, da sind wir. Fahr mal über die Wiese, machen wir heute nicht. Aber rangieren ist auch nicht besser. Schiebel könnte ich da noch nicht. Das Ding kann ich auch, ne, gut. Ich wollte den ja einen anderen Ball kaufen. Von daher ist es ganz sinnvoll, dass ich den mitnehme. Ich wollte. Warum denn auch verdächtigt sind zwei Wachstrukturen drin? Ich weiß nicht, wie wir leben noch, wie es aussieht. So, stellen wir uns nochmal hier rechts ran. So, da haben die. Licht geht auch. Ja, jetzt hab ich voll Wasser. Ja, ich weiß nicht, was ich dabei noch nicht. Mh, ist voll. Lust, wir hüpfen das Rampfen gleich. Ah ja, wie gerne. Aber die Stallwerk kaufe ich wieder, sobald das Futter alle ist. Mit Wasser ist es ungünstig. Wir können ranfahren wegen Kursweg. Wasser nicht tragisch, aber das Futter muss schon ein bisschen aufgebaut werden. Aber das Tor ist auch nicht. Ah, die Kühe auch nicht. Die Kühe sind so wohl zu Hause. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Die Kühe sind so groß, ich kann nicht überschauen. Das hält mir bestimmt nicht. Ich müsste ja mindestens auf Brusthöhe von mir. Da kann ich so groß werden, ich kann mal arbeiten. Und die Kühe sind immer weit zu groß. Das ist ein Thema für. Das ist ein Thema für. Das ist ein Thema für die Kühe. Das ist ein Thema für die Kühe. Das ist ein Thema für die Kühe. Das kann man ja auch nicht aufbauen. Und dann kann ich das Thema für die Kühe. Das sind die Kühe. Gut, dieser Gras geht immer fast, Papel geht auch immer, Graserden geht immer, von Mitte Frühling bis Anfang Winter, ein bisschen Quatsch normalerweise, dann schlägt es nicht hoch. Aber gut, naja, was macht man nicht mehr an sich? Aktuell ist es noch krank, dann wird es nicht besser, da ist auch die Sauerkennung da. Also wir können jetzt tun, wir arbeiten nun fertig, wir gehen jetzt noch 2.30 Uhr, 1.10 Uhr, das ist auch nicht spät. Wasser und Futter haben wir, hier haben wir bis morgen früh, 10 Stunden oder so, 8 oder 10 Stunden oder so, 8 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 oder so. Oh, dunkel, dunkel, BGH, oh ja. Oh, Tierrestor. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist mir schleierhaft. Ja, da habe ich zu Hause gefürchtet. Noch nicht gewachsen. Ist wieder früher Sommer, das ist doch komisch. normalerweise Tag 2 sein jetzt im Sommer. 10 Bull. Das kommt da auch nicht. Ja, Drecke wegfahren, umstallen. Oder stellen die Tiere weg, die ich vorhatte. Die weiß es auch nicht. Wasser und Stroß mit da. Vorderkeit. Vorder auf. Die Narbe. Die Nachung. Die sind industrie. Ah, gut. Der ist ein Toll, der hier. Ich werde mein Fortspiel beenden und neu laden, denn normal ist es der Zeit, glaube ich. Ich werde mein Fortspiel beenden. 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 Ich werde mein Fortspiel beenden und dann wird entsprechend sehen, was passiert mit dem Frühjahrsondag. Normalerweise Tag 2. Bis dann. Ich werde mein Fortspiel beenden. Ich werde mein Fortspiel beenden.